Bla! Hallöchen, ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu Sims 3! Oink, das hat sich ja voll verändert. Ich hab da jetzt was geupdatet und Oink, das Spiel ist anders. Ich wollte euch das nur noch kurz zeigen. Ja, und ich spiel dabei weiter auf dem Handy Simps, Simps. Bis es geladen hat. Was ist das denn für ein Porn-Ding? Ach, Late Night. Mensch, das wär ja nur eine Sache. So, jetzt bin ich wieder da. Es hat jetzt geladen. Meine Haare hängen da blöd drin. Das tue ich erstmal ausblenden. Jetzt ist gerade eine Straßenbahn vorbeigefahren. Und ja, wir legen jetzt einfach mal los. Ich bin ein bisschen rausgekommen. Ich bin einfach da nicht ganz so gut. Ja, man hat mich in den Kommentaren gefragt, wieso ich denn immer hier so scrolle, also nicht scrolle, sondern nach vorne spiele. Das hat den ganz einfachen Grund, dass ich kurz pausse. So, jetzt bin ich wieder da. Sie macht hier voll Sport jetzt noch. Die Kitty. Was macht die denn? Bis zur Ermüdung trainieren. Muss die morgen arbeiten? Aber was will sie da machen? Küchenmädchen. Die hat morgen frei. Dann soll die doch mal machen. Und die Trash. Was macht die? Sitzen. Was will sie denn machen? Was soll die Lose einlösen? Fördert werden. Die muss morgen arbeiten. Und was fehlt denn noch zum Aufstieg? Hallo? Ich dachte, du wirst bis zur Ermüdung trainieren. Was ist da los? Anhören. Über Buchhandlung reden. Ja gut, dann redet mal ihr zwei. Ähm, ja, was ich sagen wollte vorhin. Wieso ich oft scrolle, also vielmehr vorspule, das liegt einfach nur daran, dass ich jetzt nicht unbedingt möchte, dass, ähm, dass immer, wenn halt jemand beim Arbeiten ist oder so, dass ich halt ein bisschen Zeit schneller vorbei haben möchte. Kann man so schneiden. Freundlich. Von Training schwärmen. So, okay. So was zum Beispiel. Wieso nicht? Also, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich da noch nicht so den... Oh, Mensch, wir könnten die auch zusammenkommen lassen, aber ich glaube, die sind eh Geschwister. Familienbewusst umarmen. Ah. Von dem her ist es voll Wayne. Sie muss ja morgen arbeiten. Sie muss anfangen um 16 Uhr, also hat sie noch ein bisschen Zeit. Kennt sie irgendwen? Könnt ihr da mal ein bisschen Hunger reinkommen lassen? Mosa Marz und Oakley Bean. Kennt hier niemand Gescheites? Mensch, Maya. Komm, wir gehen jetzt Party machen. Jana hält Kitty für sozial. Das ist ja nett. So. Hier, komm, Jana. Äh. Komm. Handy. Uff. Handy. Party veranstalten. Party auswärts veranstalten. Komm, wir machen jetzt einfach auswärts eine Party. Wir kennen gerne Leute, aber hey. Das wird bestimmt gleich voll scheiße. Ich mag so was eigentlich nie. Ziel wählen. Ziel wählen. So. Uff. Ist das so? Ist schon voll spät und so unter der Woche, aber hey. Komm. Äh. Nur für Gäste. Nein, nein. Was? Ja, doch. Das ist super. Das machen wir jetzt. Reiseparty. Beginn der Party. Gott, wir kennen gar niemanden. Das können wir nicht bringen. Handy. Taxi. Dienste. Handy. Wir könnten ein Tier ausnahm. Äh. Adoptieren. Sim anrufen. Klaudern. Rufen wir einfach Wahlwegen an. Wir kennen keine gescheiten Leute. Was ist da los? Komm, wir tun mal mit Musa Marz telefonieren. Voll useless. Sie hat doch morgen aber eigentlich auch frei. Ach komm. Mit Musa plaudern. Das reicht jetzt. So. Diana. Ist ja leider heute arbeiten. Aber wir fahren jetzt einfach. Kann man da nicht? Ich check das jetzt gerade nicht. Ich bin gerade voll doof, ne? Okay, also. Weg. Wir fahren jetzt da hin. Da zu dieser Bar. Besuchen mit. Diana. Okay, cool. Müssen die sich da nicht erstmal umziehen? So Late Night Kleidung oder so? Schlafen. Oh, warte. Wie geht's denen denn? Energie. Oh, wartet. Das ist ja ein bisschen blöd. Die sind ja beide voll im Arsch. Dann ist wahrscheinlich das ein bisschen doof. Okay. Jana steht schon in Late Night Kleidung hier. Aber gut, dann gehen wir jetzt schlafen. Das machen wir einfach dann hier an dem Tag, wo frei ist. Da gehen wir dann voll Party machen, ey. Los, jetzt geht's mal schlafen, ihr zwei. Beide haben sich jetzt voll schick gemacht. Und jetzt Traum zerplatzt. Hier bei dem Kuscheltier muss ich gerade an Charlie denken. Die hat das nämlich. So. Okay, los geht's. Schlaft ein. Wir wollen schnell morgen haben. So. Sie hat zwar trotzdem frei, aber vielleicht kann sie ja schon wen kennenlernen. Mensch, warum nicht? Man lebt ja nur einmal. YOLO. So. Ja, erstmal schön schnarchen. So muss das. Vielleicht kann die ja irgendwie ein Lied schnarchen. Könnt ihr auch Lieder schnarchen? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Was labere ich eigentlich? Manchmal frage ich mich ja schon so. Ja, Kitty, Mensch. Das mit den anspruchsvollen Themen in deinem Let's Play, das üben wir mal nochmal. Aber man kann ja nicht immer nur anspruchsvolles reden. So wie hier. Vorhin habe ich mit Jana aufgenommen und dann hatten wir es über Deutschlekturen. Faust und so weiter, ne? Ja, schlaft euch schön aus, Mädels. Gönnt euch. Oh, sie muss was essen. Ein Trainingsgerät möchte sie. Ach, kriegst du? Kriegst du? So, kauf mal schnell mal ein Trainingsgerät. Wo stelle ich das denn hin? Unterhaltung. Sport. Wo ist Sport? Da. Fitness Queen. Yeah. Fitness Queen. Da, 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 da. The Fitness Queen. Young and sweet. So, ähm, hier könnte man das doch hinstellen. Passt schön dazu, oder? Wunderbar. Voll. Es passt doch. Voll schön. Schön, schön. Okay, sie hätte gern ein Bücherregal. Das kriegst du natürlich. Was war das denn? Okay, Bücherregal. Oh, voll das schöne Zimmer hat sie, finde ich, ne? Voll schön. Voll schön. Äh, Bücherregal. Weiß nicht. Sowas würde sie sich, glaube ich, nicht ins Zimmer stellen. Aber, hey. Äh. Ich glaube nicht, dass Jana sowas hätte. Ich finde es gerade voll schön. Ich finde es schön und das ist zwar Janas Zimmer, aber, hey. Okay, warte, move, wie war das? Move, ob, muss ich das auseinander? Objekts on. Oh, falsch. Move, ob, check, on. Ja, so muss das. Äh, oder. So, ist es doch schön. Oder ich mach das hier hin. Ähm. Ja, so fände ich das gut. Äh, weg. Move. Up. Check. Stop. Äh, Bücherstapel tun wir jetzt einfach. Hallo. Wie wär's denn mal? Ha? So, dann komm mal. Tun wir da hin. Ich hoffe, die kann dann jetzt noch mit dem PC arbeiten. Sehen wir ja dann. So. Zack. Play. Ja, so wacht man doch gerne auf. Mit einem Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Hygiene. Du kannst jetzt mal duschen. Und aufs Klöchen gehen. Benutzen. Und ich. Ich hab da voll komische Kurzhaarfrisur. Ich musste übrigens eigentlich mal meine Haare ändern, weil ich jetzt andere Haare habe. Das kann ich dann gleich mal machen. Hat die... Gibt's hier irgendwo einen Spiegel? Ach, hier. Kannst du mal aufs Klo gehen und danach Aussehen ändern. Kannst du mal aufs Klo gehen? Ja, du hast Hunger. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ganz cool bleiben. Ja. Ganz cool bleiben. Okay. Äh. Pfannkuchen. Komm. Was kostet die Welt? Hey. Okay. Dann nehme ich doch lieber eine kleine Pommes mit Cola. Hehehe. Kennt ihr den Spruch? Das war so eine Studi-VZ-Gruppe. Ja, schön. Es ist so erotisch, ey. Gab's doch irgendeinen Sheet, wo man reinmachen könnte? Naked Sims on? Oder... Keine Ahnung. Irgendwann konnte man das einstellen, dass man die Sims nackt sehen kann. Voll Porno. Raffia. Raffia. Ja, ja. Ha. Ha. Die Kätzchen-Polli da. It's so beautiful. So, äh. Schwarze Haare. Ich hab jetzt nämlich schwarze Haare. Okay. Äh. D-d-d-d. Ich hatte auch vor kurzem einen Pony, aber mittlerweile ist der eigentlich schon wieder irgendwie weg. Ähm. Äh. F-f-f-f? Hallo? Äh. Ach, Mann, ey. Ich hätte gern irgendwie mal eine Frisur, die so voll zu mir passt. Aber nein. Da, das ist so, laufe ich immer rum. Voll schön, ne? Äh. Ähm. Ähm. Das hätte relativ von vorne zumindest hinkommen können. Naja, nicht mit diesem komischen Bändchen, aber gut. Ähm. Ey, also zum Teil sind die Frisuren ja echt schrecklich, ne? Aber gut. So ist das halt. Ich müsste einfach mal wieder mehr Frisuren runterladen. Äh. Oh Gott. Ich dachte zuerst, das schaut schön aus, aber ich hab mich getäuscht. Nein. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, nein. Das hatte ich gerade. Ach. Das ist eine schwierige Wahl. Wenn es einfach nur bis hier oder so gehen würde, also nicht ganz so lang, dann wäre es das schon so ein bisschen. Aber ich habe ja leider momentan gar nicht so lange Haare. Schaut das hier aus. Oh Mann. Oh Mann. Oh Gott. Voll schrecklich, ey. Ich brauche echt eine andere Frisur. Eine, die besser passt. Äh. Schaut voll scheiße aus. Ich habe nur Frisuren, die mir gerade voll nicht gefallen, ne? Vor allem... Nein. Oh Gott. Vor allem das hat, glaube ich, eh Jana. Macht ja jetzt so von Ding her nichts, aber... Ach komm, ich lasse jetzt... Das schaut fast gerade eins... Äh... Eins zu eins ausspielen, wie eine Arbeitskollegin von mir. Das ist ja nicht jetzt unbedingt wie ich, aber okay. Ich hatte zwar so einen Pony vor kurzem. Den hätte ich eigentlich auch immer noch, aber... Den müsste ich mal wieder nachschneiden. Kann ich da nicht einfach die Mütze dann wegmachen? Also ohne Mütze wäre das ja voll gut, ne? Ohne Mütze wäre das so ungefähr... ...meine Frisur. ...die ich jetzt gerade habe. Hm. Aber nein. Gibt es wieder nur mit Mütze. Es ist immer dieses Bessim, dass es manche coolen Sachen dann nur mit Mütze gibt. Oh Gott, ne. Ich habe keinen Bock, mit so einem Mützending rumzurennen. Okay, ein Stirnband, aber es... ...blöd. Blöd. Ich mag das nicht. Und das schaut so verwuschelt aus. Ich bin voll am meckern, ne? Hm. 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 Oh Gott. Oh Gott. Das schaut voll so... Ich weiß nicht. Oh Gott. Oder mache ich einfach das? Ja, ich glaube, das kommt, wenn es ein bisschen kürzer wäre, eigentlich auch noch ganz gut an meine aktuelle Frisur. Zwar dann so die Haare eher ein Seitenscheitel momentan rüber, aber... Ach, naja, okay. Vielleicht eher ins Blau-Schwarze. So... Spitzen. Strähnen vielleicht... Öff, ich weiß jetzt nicht. Schaut schon extrem schwarz gerade aus. So, ich glaube, so ist es ganz gut. Und zerlassen wir das jetzt einfach mal. Kitty! Nö. Kitty! Jetzt habe ich gar nicht die Reaktion abgewartet. Okay, los, Kitty. Geh was essen, bevor du stirbst vor Hunger. Was habe ich jetzt immer noch dieses komische Bild da eigentlich, ha? Das ist doch eine Frechheit. Sie hat heute frei und morgen frei. Das heißt, sie kann jetzt dann gleich mal was unternehmen gehen. Ahaha, juhu! So, du gehst auch. Oh. Ja, dann. Warte. ... Dim dimtischz